Sie lebt in einer Gutscheinwelt, im Land der kleinen Preise. Was man ihr vor die Nase stellt, schickt sie auf die Reise. Bei ihr wird jeder gleich bedient, der Öko-Freak, der Raucher. Da macht sie keinen Unterschied, der Mensch ist Endverbraucher. Ein unerfüllter Wunsch bereitet Schmerzen. Die Tengelfrau bei Tengelmann schaut dich wie ein Engel an und fragt dann, sammeln sie Herzen. Sammeln sie Herzen. Sind sie im ADAC oder nie? Haben sie ne Brief-Fate-Karte? Baby, ich warte. Wir reden später oder nie? Keller, Rittil, Opara, die sammeln sie Herzen. Oder nicht? Das Leben steckt in Tetrapaks, in Tüten und in Taschen. Du kennst die Freiheit des Geschmacks, aus Dosen und aus Flaschen. Und wenn sie durch den Laden läuft, für 700 netto, und sich ihr Kerl ins Koma säuft, sie hätte mehr in petto. Die Tengelfrau bei Tengelmann schaut dich wie ein Engel an und fragt dann, sammeln sie Herzen. Sammeln sie Herzen. Schau mir in die Augen, schau mir ins Gesicht. Sammeln sie Herzen. Die meisten sammeln nicht. Das, was der Mensch zum Leben braucht, der Öko-Freak, der Penner. She got the whole world in her hand. Sie zieht sie über'n Scanner. Und zwischen Toast und Vollkornbrot ist alles erster Klasse. Morgen sind wir alle tot und stehen vor der nächsten Kasse. Diesmal oben vor der Himmels Tür mit einer abgebrannten Kerze. Da sagt der liebe Gott, grüß Gott. Und dann fragst du, sammeln sie Herzen. Sammeln sie Herzen. Right now. Right now. Sammeln sie Herzen. Das ist die letzte Stufe auf der Himmelsleiter. Und dann sagt Gott. Die Ente ist weiter. Halleluja.